Bevor du diese Aktion als extrem abtust, schau die Filme Earthlings und Dominion auf an3x.org und informiere dich über das Massaker, das in den Tierindustrien und Schlachthäusern in deinem Namen passiert, wenn du noch nicht vegan lebst. Hallo, hallo, hallo. Wir sind heute hier, um über die vergessenen Opfer dieser Welt zu sprechen und über die Tiere, die sie heute hier verspeisen. Es gibt eine Neuigkeit und zwar weder Rinder noch Kühe noch Hühner noch Hunde noch Katzen wollen am Schlachthof getötet werden. Und was passiert genau am Schlachthof? Ein Schlachthof ist ein Ort, dort werden leidensfähige Individuen zu Produkten verarbeitet. Nur damit ihr kurz 5 Minuten lang mit der Familie tote Tiere in einem Burger essen könnt. Bitte schauen Sie mal ganz kurz hin. Hier haben wir eine Crew aus der Milchindustrie und die landet dann zum Beispiel in diesen Burgern, ja? Die Frage ist, warum sollen wir das essen, wenn wir genauso gut? Das ist gut, wenn Sie vegan essen. Wir sollten nämlich vegan essen, wenn wir wissen, dass wir gesunde, glückliche Veganer sein können. Glaubt ihr, brauchen wir tierische Produkte, um gesund zu sein? Fleisch, Milch, Eier oder Käse? Oder können wir auch ohne? Genau, also wir brauchen natürlich keine tierischen Produkte, um gesund zu sein. Deswegen, warum schicken wir Tiere zum Schlachthof? Ist das ein schöner Ort? Das ist absolut kein schöner Ort am Schlachthof. Aber jedes Mal, wenn wir Fleisch, Milch, Eier oder solche Chicken Nuggets kaufen, töten wir Tiere. Und kein Kind würde gerne Tiere töten, aber trotzdem geben wir ihnen das dann zum Essen. Warum töten wir Tiere? Warum? Ist ein Schlachthof ein schöner Ort? Dürfen Ihre Kunden sehen, was mit den Tieren passiert? Schaut mal, schaut mal, habt ihr euch das schon eingeschaut? Nein, 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 nein. Hörst du das schon gesehen? Ja, ich habe auch mir weh zu tun. Sag mal, das tut den Tieren auch so weh jetzt, weil wenn du tierische Produkte isst, tut den Tieren auch so weh. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Wir filmen das, gell? Ja. Hör auf, den Holocaust der Tiere zu finanzieren. Tiere wollen nicht getötet werden. Ihr habt Blut an euren Händen. Burger King hat Blut an euren Händen. Ihr tötet Tiere. Ihr seid Tiermörder. Todes. Zopa. Vielen Dank.